Egal. Ähm. Wie war denn dafür? So. Da ist die Kamera, aber das ist da unten. Das ist Spider-Man! Was ist das denn da? See ya! Barry Punk, weiße was der macht. Die Kameras sind in den Augen und in den Augen. Better knock'em out. Get her out of here! Kill Kameras! Ahem. Oh, collectibles! Got'em! Okay, I get it. You beat him. Slow motion's just overkill. Thanks for playing. Oh, the horror! The inhumanity! How am I gonna get this coverage now? That's a wrap. You're wrecking my show! Easy on the merchandise, pal! You're wrecking my show! You're wrecking my show! You know, some people feel like they haven't beat in a game, unless they collect every single available one of them. Okay. Okay. Das war's. Ah, nein. Ich habe das gemacht? Wir haben... Hey, das ist ein High-Defd Imp. Was denkst du das? Das ist ein High-Defd Imp. 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 Now, das ist ein High-Defd Imp. Hey, warum würde ich so... Wie ist das? So, die Kamera ist jetzt. Nochmal, also die sind echt bescheuert. Was the best you could do? He is finishing him. Oh. 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 Oh 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 Easy on the merchandise, pal Oh, uh, I think there's something on the lens Oh, my fist Congratulations for surviving this long You've received the Pain Factor Home Game Now you can risk your well-being and sanity For the entertainment of others in the comfort of your own home Follow me to pick up your prize Can the prize be stuffing a sock in your mouth instead? Did you seriously just try to lock me in a room? What am I, grounded? Just sit tight, my little mouth breather We gotta pause for another break from our sponsor There's a bro Too afraid to come down and fight insects? Gah? 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 Ja, das ist immer das Blöde an Spieleentwickern, die übertreiben. Sie glauben, dass sie dadurch das Spiel interessant machen und wir machen dadurch das Spiel nur noch bescheuert. Das ist jetzt nur ein monotones Rumgeklopper auf den Tasten. Ja, das ist immer das Blöde an. Ja, das ist immer das Blöde an. Ich weiß nicht, dass sie nicht. Ich werde es nicht mehr ausziehen. Sie sind all büsten. Ich habe es nicht mehr ausgedrückt. Ich habe es nicht mehr ausgedrückt. Ich habe es nicht mehr ausgedrückt. Und ich dachte, ich... Wooh! Du hast Spiderman! Ja, jetzt ist nicht ein guter Zeit, um in meinen Weg zu kommen. Wir haben noch Spaß? Mit hohen in der mid-60s und einem low von 75. Auf der Bad News Tipp, die Zuschauer empfehlen, weil wir eine riesige Tidal-Wave überstehen können. Es sieht aus, dass es ungefähr fünf Sekunden von jetzt wird, von einem schrecklichen Feather-Plucker detoniert, eine ganze Menge Explosiven unter Wasser. Natürlich, die Frage auf alle Augen ist, wer würde so großartig sein, um... Oh, warte! Es ist mir! Oh, nein. Ich ziehe da oben, ziehe! Oh! Oh. Hm... ... ... ... ... ... ... Ja, ich glaube nicht, dass wir darüber kommen, aber... Und er ist weg! Es ist ein guter Start für einen Spider, der schnellstmöglichst die Inhalte, und jetzt mit der Wurzeln. Eine bestimmte Tod ist auf der dritte. Sie füllen meinen soggen Körper und fort. Aber auf der anderen Seite, um ein schnelles Weg zu gehen. Tidal, wir machen uns auf der Strecke mit einem 8. Mal und Spiders über den Knochen, und dann für Tidalweg! Unglaublich! Sie verdient es! Und es ist Swingin' Spider, nachdem ein schlechtes Start, mit dem Schenke Thumbs und der Steine Controller. Aber was ist das? Er ist schnell auf der Außenstehung. Er ist auf diese Level. Es ist Swingin' Spider, Schenke Thumbs, er ist auf diese Level. Steine Controller, es könnte jemanden sein, hier. Als sie durch die Strecke kommen, es sieht aus wie es auf diese Level zu verlieren. Er ist auf diese Level zu verlieren. Oh, snap! Well, es war nicht gut für little Wally. Aber holy Shiatsu, was es ein großartiges Telefon. Es ist ein guter Start für Swingin' Spider, who quickly claims the inside joined now by rising waters. Certain death is up to third, followed by soggy corpse and forth. But on the outside, moving a fastest tidal wave, tidal wave making his move as they come down the stretch with an eighth of a mile and Swingin' Spider, neck and neck with tidal wave! So, der wärm das jetzt hier. Ah, das Wasserfallen darf ich also auch nicht. Und er ist auf! Und er ist auf! Und er ist auf! Es ist ein guter Start für Swingin' Spider, who quickly claims the inside joined now by rising waters. Certain death is up to third, followed by soggy corpse and forth. But on the outside, moving a fastest tidal wave, tidal wave making his move as they come down the stretch with an eighth of a mile and Swingin' Spider, neck and neck with tidal wave! Ah, meine Fresse. Ich kann doch nicht an Höhe gewinnen, nix. Und er ist auf! Es ist ein guter Start für Swingin' Spider, who quickly claims the inside joined now by rising waters. Certain death is up to third, followed by soggy corpse and forth. But on the outside, moving a fastest tidal wave, tidal wave making his move as they come down the stretch with an eighth of a mile and Swingin' Spider, and Swingin' Spider, neck and neck and neck and neck. So, jetzt haben wir uns. Ah, well, it wasn't good for Bill Wally. But holy shit! So. Und er ist auf! Es ist ein guter Start für Swingin' Spider, who quickly claims the inside joined now by rising waters. Certain death is up to third, followed by soggy corpse and forth. But on the outside, moving a fastest tidal wave, tidal wave making his move as they come down the stretch with an eighth of a mile and Swingin' UNBELIEVABLE! Oh, das ist das hier in the freezer for now. And it's Swingin' Spider after a bad start, followed by Shady, thugs and sweaty controller. But what's this? Moving up fast on the outside, gonna fail this level! It's Swingin' Spider, shaky thumbs, gonna fail this level! Sweaty controller, it could be anybody's race here! As they come down the stretch, it looks like gonna fail this level! Gonna fail this level! Gonna fail this level! Wir müssen auf das Boot gelangen. Oh, achso! Ah, jetzt hab ich das, glaub ich, verstanden. But holy Shiatsu was in great television! Ach, etwas zu langsam, aber so ungefähr, glaub ich, dürft's richtig sein. Jawoll, da haben wir's geschafft! Und dann schrappelt und bedraggelt, Drown but not out, der Mann, der Myth, der Legend, der Non-Mutant Superhero! Do villains find me this annoyingly talkative? Uh, don't answer. All right, ugly McEvilstein, you're about to get cancelled! And cut! That's a wrap! Great show, everybody, great show! Here you go, kid, you earned it. Uh-huh. Thanks. Hey, fair is fair, right? BTW, what's the big deal with that thing, anywho? Well, it's a long story. Basically, it gives bad guys extra superpowers, so I have to... Wait a sec, this is a prop! Oh, candy bar! I'm gonna get a candy bar! Snack, crackle, chop! I love this! Finally, someone to laugh at my jokes! Hey, what's greed and makes noise? What? The Incredible Hulk! Kill him. Kill him. I'll keep pushing it out if he keeps making it. Do the day as Impera, Spider-Man, divide and conquer. He's got up a- Really? Ah, trouble! Whoa! Ha 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 ha! Hey! Oh! Ha 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 ha! Ha! just wondering, where do you think this game fits into continuity Oh, das Level ist irgendwie voll gemacht. Ich werde gleich noch mal gegen den richtigen Atem, weil die Klone fährt, ja. Ich werde dich, D. Ich fühle mich so gut, es ist unkirny. Ich fühle mich so gut, es ist unkirny. Ich fühle mich so gut, es ist unkirny. Ich werde gleich zurück, nachdem ich diese Schmerzen bin. Ein weiterer erfolgreicher Mission. Du bekommst einen hohen Rating für sie. Sie sind nicht alle? Um, nur eine Sache. Wie komme ich nach Hause? Also da haben wir jetzt natürlich sehr lange dran gehangen. War ein sehr langes Level. Okay. So far so good! Our webslingers have triumphed over unbelievable odds. But there are still more pieces of that terrifying tablet out there. And something tells me, the worst is yet to come. And voila! Excellent work, Spider-Man. Who says good help is hard to find? Now, just one more fragment to go, and... Look out! The rest of the tablet will be mine. It must be mine! You again? Why don't you go saw a lady in half or something? Hey! That was no illusion. You've underestimated me for the last time, Spider-Man. And this old crone will pay for your insolence! Recover the rest of the tablet for me, or this will be the last you see of her. Stop! I'll do it. Just don't hurt her, okay? Hurry, Spider. The clock's ticking. Mwahahahaha! Mwahahahaha! Ha ha ha! 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 Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Und dann haben wir die nächsten vier frei. Und da wollen wir mal gucken, was das jetzt so ist. Könnte wirklich der Hulk sein. Sieht so riesig aus. Sieht aus so ein bisschen wie Dr. Octopus. Die letzte ist noch gesperrt. Also, ja, also dann sage ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal.